Wie war es mit meiner Sabati Tactical Evo? Von Michael hier und da echt coole und nützliche Tipps für diejenigen, die wenig Erfahrung bei dieser Art des Schießens haben. Wir haben in der SRK eine elektronische Trefferanlage, die Kongsberg heißt sie glaube ich, die einem sehr sehr zeitnah und schnell die Ergebnisse anzeigt und durch ein Blinken, das seht ihr in den hier nebendran laufenden Videosequenzen, als letzter Treffer blinkend. Finde ich ziemlich cool. Für mich sage ich jetzt ganz ehrlich, ich bin vielleicht nicht der perfekte Schütze, aber steht der Tropfen höhlt den Stein. Ich werde sukzessive immer besser, auch mit dieser hier. Und so war meine erste Gruppe, die ich euch hier oben einblende, durchaus kalter Lauf. Ja, vielleicht nicht mittig, aber die Gruppe, geil. Und wenn ich überlege, dass ich beim letzten Schießen in Niederweimar auf der 300 Meter Bahn im Grunde genommen das komplette schwarze der DSB-Scheibe gebraucht habe, bewege ich mich jetzt im Großen und Ganzen überwiegend. Es gibt ein paar Ausreißer, aber überwiegend im Bereich der 9 und der 10. Und das ist für mich, ganz ehrlich gesagt, echt gut. Und man sieht auch, die Büchse kann es. Verwendet habe ich Hornady Match BTHP in der roten Schachtel. 50er Packung, 168 Grain sind es glaube ich. Die, wie man so hört und wie ich auch selber erfahre, sind durchaus absolut vernünftig. Ist ein Preis-Leistungs-Ding, liegt so bei knapp über 50 Euro für die 50 Schuss, sind wir bei 1 Euro Batsch pro Schuss, ist teuer, ja, aber sie fliegt. Wir haben auch schon mal, oder ich habe auch schon mal GGG verwendet, die geht auf 300 Meter gar nicht. Da bleibe ich einfach bei ein und derselben Munitionssorte. Was haben wir denn hier? Ich habe es euch ja schon ein paar Mal vorgestellt. Wir haben hier die Zabatti Tactical Evo, auch Mercury Sport Evo. Wir haben einen 28mm Bull Barrel, Kaliber .308 Winchester. Wir haben hier oben einen Meopter Optica 6 in 5-30x56 mit einem RD-Absehen in der ersten Bildebene. Ein sehr, sehr schönes Glas. Preis-Leistung passt bei diesem Glas auch, liegt irgendwo bei 1100 Euro bei Franconia. Unterstützt ist das Projekt mit dieser Waffe von Franconia und von Zindl Präzisionswaffen. Wir haben hier hinten drauf, das hatte ich ja auch schon mal vorgestellt, das seht ihr jetzt auch hier in den Sequenzen, die hydraulisch gedämpfte Schaftbacke. Das heißt, beim Schießen dämpft diese Schaftbacke den Rückstoß und reduziert damit die Übertragung an den Körper, was ein angenehmeres Schussverhalten mit sich bringt. Bedeutet aber auch, ich darf den Schaft nicht voll in die Schulter ziehen, sondern ich lehne den Gummipuffer nur an die Schulter an. Den Rest erledigt die einstellbare hydraulische Dämpfung. Die ist aus dem Hause Workbench von Michael Bench ziemlich cool. Genauso auch wie hier hinten die halbautomatische Wangenauflage. Die hatte ich euch ja ebenfalls schon vorgestellt. Ziemlich geil, wenn man daran denkt, sie hochzuschnappen, was ich mal wieder gestern erst nach 25 Schuss gemerkt habe, da ich sie gar nicht oben hatte. Und ich habe mich gewundert, warum ich so ein bisschen Schepp durchs Glas geguckt habe. Hat einfach den Vorteil, ich muss nicht schrauben. Ich kann das Ding einfach per Knopfdruck hoch runterfahren und er geht immer in die gleiche Stellung, wenn ich sie hochfahre. Ziemlich geil, Link poste ich euch unten. Alles in allem, jetzt nach über einem Jahr, wenn jetzt sogar eineinhalb, mit der Zabatti Tactical Evo Mercury Sport Evo, kann ich diese Büchse tatsächlich echt empfehlen. Sie ist ein Preis-Leistungs-Sieger, sage ich ganz ehrlich. Sie liegt in etwa irgendwo zwischen 14 und 15, 100 Euro. Aktuell, glaube ich, ist es immer so ein bisschen schwankend, bietet aber ganz ehrlich Best Bang for the Buck. Sie ist präzise wie Sau, wenn der richtige Steuermann dahinter steht. Und mittlerweile werde ich immer besser, wie schon gesagt. Und nur darauf kommt es letzten Endes an, zumal ich kein wirklich erfahrener Langwaffenschütze bin. Von daher, ich kann sie absolut empfehlen. Wer den Schritt in das Langwaffenschießen wagen möchte, für 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter und auch darüber hinaus, kann ich diese hier, Zabatti Tactical Evo, tatsächlich empfehlen. Zabatti Tactical Evo, tatsächlich in das Langwaffenschutz,